Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge G-Very Medieval Warfare. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe mich gerade durch die Credits gekämpft, die ich aus Versehen angeklickt habe und man sie danach nicht mehr wegklicken konnte. Und dann würde ich sagen, springen wir doch einfach mal rein. Ich habe ungefähr 10 Minuten Spielerfahrung und ich habe gerade nicht auf den Modus geguckt, scheiße. Ähm, ja, da würde ich sagen, spielen wir jetzt einfach mal irgendeinen Random-Modus. Ja, ich habe geguckt, dass das alles von der Performance her passt und ich denke mal, wir bekommen jetzt unsere 30 FPS, auch wenn die Grafik vielleicht jetzt nicht so der Hammer sein müsste, sollte, könnte, wie auch immer. Und dann steigen wir doch einfach mal mit diesem kleinen Ritterchen ins Gefecht. Wow, geht das hier schon ab? Oh, okay. Ich dachte schon, wir hätten God-Mode wieder erscheinen in einer Sekunde. Wow, Moment, da muss ich gleich mal meine Musik ein bisschen lauter machen. Oh, ja. Also, ich weiß, dass wir mit C einen schönen Schrei loswerden können. Und jetzt mal rein hier. Ja. Oh, scheiße. Wer war denn jetzt bitte da, mein Kuppel? Sollen wir jetzt hier jeder gegen jenen? Irgendeine Schlachtel, die sich da alle selber, wie es aussieht. Also, blau gegen blau. Oh. Na. Ach. Knapp daneben. Ja, komm her, komm her. Ja. Oh, komm. Ah. Oh, geblockt. Oh. Oh. So aufregend. Au. Oh, da hat er gleich zwei in einem Streich getötet. Mich und noch jemand anderen. Können wir eigentlich die Klasse wechseln? Oh, wir können sogar kicken. Ja, dann komm mal her. Dann trete ich dir gleich mal hier in den Arsch. Ach. Oh. Ich seh gerade meine Frame-Age, die sich von runter. Vielleicht... Oh. Scheiße. Ich bin so schlecht. Vielleicht muss ich da noch einiges optimieren. Ich schaue einfach mal nach der Aufnahme nochmal. Und dann hoffe ich halt, sieht ihr das erstmal so aus. Mit den 27 Bildern pro Sekunde und nach der... Ah, jetzt hier, hier, hier. Hä? Oh, scheiße. Weiß die Taste. Au. Oh. Kacke. Kacke, kacke. Ich wünschte, ich wüsste, wie ich jetzt meinen Charakter ändern kann. Ich würde gerne mal die anderen Kassen ausprobieren. Äh, nein. Vielleicht mit den F-Tasten. Nein. Ja, gut, dann sind wir heute mal der Köpfer. Beziehungsweise der Axtmann hier. In der ganzen Episode. Ja, wir kommen mal rein hier. Gleich mal den Typen abgestaut. Au. Au. Wann. Wie viele Kills habe ich schon? Wow, ich habe schon zwei Kills. Ne, einen. Einen Kill habe ich schon. Und zwölf Tode. Aber dafür den besten Ping von einem zwölf. Das ist doch schon mal schön. Da läuft doch jemand. Schleichen wir uns doch einfach mal hinter ihn. Diese Schreie. Scheiße. Wie. Lass mich doch in Ruhe hier. Ich will weg. Ich fand's einfach nur so lustig, wie der auf mich gesprungen ist mit seinem Schwer. Oh, man. Okay. Oh, der kann uns auch ducken. Können wir hier mal wahr? Stealth-mäßig unterwegs sein. Ja, jetzt hier von hinten. Oh. Komm her, du. Komm her, du. Au. Warum gehen eigentlich alle auf mich? Dieses Geräusch. Was? For the Yoda. Für Yoda? Na, alles klar. Ja, charge. Charge mich doch mal. Ja, komm her. Au. Hinter dir. Ja, habe ich doch gesagt. Ah. Ach, wir können ja noch andere Schläge ausführen. Komm her. Nein. Ach, schade. Ich frag mich echt, wer diese Geräusche hier vertont hat. Ja, das hätte ich auch machen können. Da hätte ich auch gerne das Gehalt dafür bekommen. Ach, jetzt bin ich hier ganz alleine gespawnt. Ist aber schade. Ja, 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 ja. Uh, jetzt komm, hier, hier. Au. Geblockt. Und. Ah, scheiße. Uh. Ich hände hier drei mit einmal. Was gibt's doch nicht hier? Ja. Lass ihn rum, Mann. Tschüss. Wie geil. Oh mein Gott, wie geil das schwer. Mann, will es. Oh, der hat's den noch gleich den Kopf abgehauen. Oh Mann. Ich bin eigentlich so schlecht gerade. Ich bin ja auch nicht wirklich der PC-Spieler, vor allem nicht im Multiplayer. Oh, hier. Au. Nein. Komm, komm, wir töten dich mal. Ey, komm jetzt. Jetzt muss ich aber auch mal hier in den Käfe kommen. Nein. Ah, schade. Oh, das ist immer so aufregend, wenn man im Gefängnis ist und dann... Oh mein Gott. Also, schon allein die Sounds sind es wert, dieses Spiel sich zu holen, ne? Jetzt, ich komm natürlich... Wie kann man diesen Sprung in den Schlag machen? Oh, ich hör eigentlich alle ab hier. Ah. Knappe Sache. Ich glaub, den hätte ich fast noch reißen können. Aber... Durch meine nicht vorhandenen Skits natürlich doch nicht. Ja. Dann rennen wir uns doch gleich mal her. Kündige ich mich doch gleich mehr an. Ja, und, kam ja. Au. Warum? Ach, nee. Nee, 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 nee. Warum? Warum bin ich so schlecht? Okay, versuchen wir doch einfach mal diesen Sprungschlag. Was? Was hat der gerade gemacht? Und? Uh. Also, äh, ja, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich drück mal kurz alle Tasten hier durch. Ups, Allah, was haben wir denn hier? Hallo. Aha. Aha. Ich glaub, da war gerade ein Menü. Egal. Scheiß drauf. Wir rollen ein paar Leute ab Schlacht an. Wa, 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 wa. Uh. Der Sprung. Hallo. Ja, hallo, ich hab dir einen geschenkert. Oh, ich, ich hab's nicht drauf. Oh, nee, 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 nee. Hätte nicht gedacht, dass das Spiel geschwärts. Oh, je, oh, Jakta ist, hat gewonnen. Ich hab's nicht den Glückwunsch, aber ja, mach, 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 mach. Ja, der Spoole natürlich mit den zweitmeisten Toten hier. Ah, nee, 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 nee. Aber ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wenn nicht, dann liked ihr trotzdem das Video, denke ich doch. Und dann sehen wir einfach uns mal beim nächsten Mal reinhauen.